Früchte und Lebensmittel Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse ein Sandwich. Ich esse einen Sandwich mit Margarine. Ich esse einen Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse einen Sandwich mit Margarine und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. 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 Wo ist ein Supermarkt? 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 Wo ist ein Supermarkt?